So, halli hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. Wir befinden uns hier immer noch in Sordids Schloss und haben eigentlich auch alles soweit zusammen, um die Dämonen in die Hölle zu schicken. Nur fehlen uns noch ihre echten Namen und da könnte uns doch definitiv der Spiegel weiterhelfen. Baufst du meine Dienste? In der Tat. Ähm, zeige mir das Labor im obersten Stock, da geht's gerade rund. Wie bitte? Das ist doch nur die Stufenwoche. Ich soll jetzt keine Fragen stellen. Äh, ich habe Angst vor Wendeltreppen. Ich möchte Gerald und Max ausspionieren. Ich möchte Gerald und Max ausspionieren. Wenn du unbedingt willst, bitte. Versuchen wir es mal. Warum bist du so nun, äh, nervös bei Fremden, Belchgrabbit? Wärst du das nicht mit so einem Namen? Snogfondle ist doch auch nicht viel besser. Wahrscheinlich nicht. Belchgrabbit und Snogfondle! Ich habe genug gesehen! Danke für deine Hilfe, Spieglein! Okay. Nice. Das heißt, wir haben jetzt alles. Um Entschuldigung? Das Ritual zu beginnen. Äh, zurück, Dämon! Ich bin ein mächtiger Zauberer. Warum bleibt ihr hier, wenn ihr so unzufrieden seid? Warum bleibt ihr hier, wenn ihr unzufrieden seid? Sieht so aus, als hätten wir eigentlich keine Wahl. Zordid wird uns nicht gehen lassen. Äh, was ist Zordid überhaupt für ein Typ? Was ist Zordid überhaupt für ein Typ? Er will, verstehst du, das Universum beherrschen. Stimmt doch, oder? Ja, Mann. Ich glaube, die Eltern sind schuld. Na klar, die Eltern. Keine Angst. Ich, Simon, werde ihn stoppen. Äh, wie will er das machen? Und wo genau kommt ihr in diesem Plan vor? Wo genau kommt ihr in diesem Plan vor? Und wo genau kommt ihr in diesem Plan vor? Wir sind Zordids persönliche Leibwächter, Matrosen, Gärtner, Putzfrauen, Köche. Sag irgendwas, wir tun's. Wir tun's. Das ist die wahre Hölle. Wie hättest du es denn gerne? Wie hättest du es denn gerne? Sieh mal, wir sind doch Dämonen, oder nicht? Ja, Dämonen. Wir sind nicht diejenigen, die für andere leiden sollten. Um ehrlich zu sein, ich weiß selber nicht genau, warum wir hier die Stellung halten sollen. Seitdem er diesen Stab hat, sind unsere Aufgaben sehr einseitig. Einseitig, aber total. Er hat das aus einem Kinderbuch. Er verwandelt Menschen irgendwie zu Stein. Stein, jawohl. Aus diesem Grund auch die vielen lebensechten Statuen von den Leuten, die versucht haben, ihn zu stoppen. Das, äh, hab ich mir fast gedacht. Okay, ich hab Angst, wo geht's raus? Ich weiß, ich brauch einen sprechenden Löwen. Wirklich. Wirklich, äh, kann man sie wieder zum Leben erwecken? Diese Statuen waren bei Menschen. Äh, die Kalypse muss auch darunter sein. Diese Statuen waren einmal Menschen. Sie sind immer noch lebendig, technisch gesehen. Sie sind nur zu Briefbeschwerern umgeschult, weißt du? Briefbeschwerer, jawohl. Oh. Mach dir keine Sorgen. Solange er in der Badewanne ist, bist du sicher. Ich weiß nur nicht, wie lange. Er ist also in der Badewanne. Äh, dies scheint ja... Erste, ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Du möchtest mir also nicht sagen, wie der Teleporter funktioniert. Was hab ich dir denn getan? Äh, warum benutzt ihr nicht die Teleporter? Hinfort, Dämon. Sag mir, wie man ihn benutzt, oder ich schicke euch daher... Hinfort, Dämon. Sag mir, wie man ihn benutzt, oder ich schicke euch zurück, wo ihr herkamt. Alles, was wir wollen, ist zurück in die Grube, woher wir kamen. Verstehst du? Boah, ey, Grube. Alles, was du tun musst, ist einen Zauberer finden, der groß und mächtig ist. Kein Problem, ich bin Simon, der Zauberer. Äh, ich, Simon, der Zauberer, werde euch retten. Ich bin ein mächtiger Zauberer, ihr Deppen und solche Fahrer oder... Kein Problem, ich, Simon, der Zauberer, werde euch retten. Entschuldige meine Zuversicht, oh Mächtiger, aber du bist noch nicht mal ein normaler Zauberer. Ich habe Leute schon für weniger getötet. Gehen wir raus auf die Straße, eins gegen eins auf dem Spielplatz. Nicht treten, nicht beißen. Äh, warum glaubst du, dass ich kein Zauberer bin? Und warum glaubst du, dass ich kein Zauberer bin? Ich habe schon ein paar Zauberer gesehen. Und alle waren fette, chemikalienbespritzte, zerstreute Idioten. Totale Idioten. In zwei Monaten und drei Tagen werde ich 15. Mein Lehrer nennt mich, mein Lehrer nennt mich immer Idiot. Äh. Nee, ist unmodern heutzutage, fett und alt zu sein. Nee, es ist unmodern heutzutage, fett und alt zu sein. Es ist sinnlos zu diskutieren. Wenn du wirklich ein Zauberer bist, dann schick uns in die Grube zurück und wir sagen dir dann, wie das mit dem Teleporter funktioniert. Boah, ey, Teleporter. Okay, ich brauche nur ein paar Sachen. Okay, ich brauche nur ein paar Sachen. Wir fangen wohl besser schon an zu packen, oder? Zu packen, jawohl. So, benutze Kerze mit Dämonen. Das geht doch so nicht. Aber ich muss doch... Rede mit... Vielleicht jetzt nochmal. Ich bin's wieder. Ich bin's wieder. Alles klar dann? Äh. Nur schnell ein magisches Quadrat hierhin malen. Hier, du kannst meine Kreide haben. So nett und zuvorkommend. Dann kann's ja losgehen. Rock'n'Roll. Na, dann kann's ja losgehen. Rock'n'Roll. Ich bin beeindruckt. Sehr beeindruckt. Das könnte sogar eventuell funktionieren. Funktionieren, ja. Okay, Bübchen. Jetzt sag ich dir, wie der Teleporter funktioniert. Drücke einfach auf den roten Knopf, auf dem Selbstzerstörung steht, und sage der Maschine, wo du hin willst. Leider nur eine Hinfahrkarte. Ohne Passwort kommst du nicht mehr zurück. Passwort, jawohl. Und das wissen wir auch nicht. Und los geht's, Kleiner. Okay, versuchen wir's mal. Oh, Sch***. Scheint so, als müssten wir hier... Und die Dämonen sind weg. Sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Gibt es hier noch irgendwas zu tun? Oder, ähm... Entnimm, öffne, bewege, oder ich gehe einfach in den Teleporter rein. Ich links klicke mich quasi in den Teleporter. Das muss reichen. Einmal auf den Selbstzerstörungsknopf. Dies ist Sparky, der sprechende Teleporter, zu ihren Diensten. Es wird mir eine Freude sein, sie schnellstmöglichst unsicher zu dem Ziel ihrer Wahl zu bringen. Äh, zu den brennenden Gruben von Rondor, bitte. Zu den brennenden Gruben von Rondor, bitte. Ihr gewähltes Ziel sind die brennenden Gruben von Rondor. Legen Sie die Sicherheitsgurte an und stellen Sie das Rauchen ein. Schwonk. Und wir sind... ...bei den Gruben von Rondor. Sehr schön. Hier haben wir einen Kieselstein, kann ich den mitnehmen? Und da haben wir einen Ast. Mit Souvenir-Shop. Es ist so doof, Freunde. Es ist so doof, aber gleichermaßen so gut. Ah, so, äh, die Glocke. Kann ich die Glocke benutzen? Ich komme von hier aus nicht ran. Benutze Ast mit Glocke. Das geht doch so nicht. Sagen wir, hier kann ich nicht mit interagieren. Da unten auch nicht. Dann reden wir doch mal mit dem Reiseführer. Gibt es Rabatt für mächtige Zauberer? Ich wusste nicht, dass es eine Attraktion ist. Äh, willst du um das Ticket feilschen? Ich bin von der Verbraucherzentrale und mache eine Routineinspektion. In diesem Falle kannst du es beim Kartenverkaufsservice probieren. Willst du um das Ticket feilschen? Okay. Ich tausche dir ein Goldstück für ein Ticket. Gibt es Rabatt für mächtige Zauberer? Gibt es Rabatt für mächtige Zauberer? Mächtige Zauberer haben freien Eintritt. Warum fragst du danach? Weil ich ein mächtiger Zauberer bin. Und ich bin die gute Fee. Warum habe ich den Eindruck, er glaubt mir nicht. Oh, der tut weh. Der tut weh. Ich wusste nicht, dass dies eine Attraktion ist. Vor drei Jahren war es noch keine. Doch dann kam König Gerald. Hier ein paar Broschüren. Besuchen Sie die feurigen Gruben von Rondor. Ein ideales Ausflugsziel für die Familie. Sehen Sie die Feuer der Hölle in voller Aktion. Und denken Sie daran. Freie Sonnencreme für jeden. Klingt sehr hübsch, aber... Warum ist kein Besucher da? Das ist ja das Dumme. Der nächste Ort ist ein 150 Kilometer entferntes Dorf. Man kommt hierher nur zu Fuß oder per Magie. Wir hatten zwei Besucher in den letzten drei Jahren. Und einer war ein Zauberer. Zordid. Richtig, ja. Der andere war so ein kleiner, grüner Typ. Zahlst du nun oder nicht? Ähm. Nein. Dann kommst du nicht rein. Es sieht trotz allem fürchterlich aus. Wenn die Welt untergeht, ist es deine Schuld. Wenn die Welt untergeht, ist es deine Schuld. Okay, dann schauen wir uns nochmal die Broschüre an. Es ist ein elastisches Band drumherum. Aha. Dann fangen wir die Broschüren über die feurigen Gruben von Rondon. So, dann benutzen wir das Band mit dem Ast. Können dann mit der Schleuder die Glocke beschießen. Feuer! Ich bin draußen. Ach. Feuer. In den feurigen Gruben. Ähm. Na gut. Wenn. Ja. Ne? So, haben wir hier irgendwas? Da haben wir Bohnenwachs. Wofür auch immer wir das brauchen. Wenn ich den zu fassen kriege, der die Sprinklade ausgelöst hat. Ich röste ihn bei lebendigem Leib. Jetzt muss ich versuchen, dieses verdammte Ding wieder anzustecken. Gerade als ich mit meinem neuen Zauberstab fertig war. Äh, da benutzen wir mal den Zauberstab mit Sordid. Dieser, die funktionieren soll. Ganz schön ironisch, oder? Hey! Schleim-Almer! Pasta la Pizza, Baby! Nein! Äh, doch. Sieh, was es heißt, sich mit Simon dem Zauberer anzulegen. Das einzige Problem ist jetzt, wie der Zauberstab zerstört und Kalypso gerettet werden kann. So, Moment. Ich hab was vergessen. Wir müssen nochmal zurück. Wups. Wups. Äh, hier, genau. Hier haben wir noch ein paar Streichhölzer. Gut, ab hier weiß ich auch wieder, was wir machen müssen. Ab hier hab ich den Rest wieder im Kopf. So, wir müssen nämlich mit den Streichhölzern... Kommen, den gucken wir uns mal an. Er sieht sich relativ ähnlich. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Die Streichhölzer in die Grube. Sordid und seine ganze Magie bringen das nicht zum Laufen. Und du erwartest tatsächlich von mir, dass ich das Ding mit einem Streichholz anzünden kann? Ja. In... In der Tat. Na Simon, wer lacht jetzt? Und wir verbrennen den Zauberstab. Denn sie wissen ja aus dem Buch... Ja. Okay, folgende Problematik. Du hast eine dieser Statuen hinter dir. Ich werde sicherlich ein Held werden. Nicht nur, dass ich die Welt von Sordid befreit habe, sondern auch alle Guten noch dazu. Wenigstens bin ich außer Gefahr. Simon... Simon, du hast... Ich hatte gerade einen Gedanken. Oh, sch... Schön, 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 schönen, kleiner Zauberer. Jetzt machst du mich aber wirklich wütend. Äh... Tut mir ehrlich leid, sagen wir unentschieden. Hüte dich, Schreckgestalt, oder ich werde wütend. Das wollte ich nicht. Der Teufel hat mich verleitet. Tut mir ehrlich leid, sagen wir unentschieden. Mich interessiert dein rührseliges Gewinsel nicht, kleiner Zauberer. Diesmal gehe ich auf Nummer sicher und töte dich unter großen Schmerzen. Ich denke, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Du hast das Spiel schon beendet. Sprich dein Gebet, kleiner Zauberer. Telefon! Hallo, Sordid am Apparat? Wer? Äh, wart eine Sekunde. Leute von der Lebensversicherung, sie wollen mit dir sprechen. Hallo? Ist dort Simon, der Zauberer? Am Apparat! Hier ist Kölpso. Deine Arbeit mit dem Zauberstab war große Klasse. Wir sind alle zurückverwandelt worden. Ich komme, um dich zu retten. Versuche, ihn noch eine Weile abzulenken, okay? Äh, okay. Bis gleich. Auf Wiederhören. Was wollten sie? Ähm, meine Lebensversicherung wurde gekündigt. Ich habe dich eben aus meinem Testament gestrichen. Meine Lebensversicherung wurde gekündigt. Na gut. Mach dich bereit für die Qualen deines Lebens. Warte eine Sekunde. Was willst du noch? Warum kannst du nicht ruhig sein und sterben? Äh, kennst du schon den, wo der Kanzler auf die Toilette geht? Ich hänge irgendwie an meinem Leben. Ich muss nicht aufhalten, dass meine Rettung hier ist. Kann ich einen letzten Wunsch äußern? Kann ich einen letzten Wunsch äußern? Äh, lass mich einen Moment darüber nachdenken. Nachdenken. Äh, nein. Es ist Zeit für dich zu sterben. Sehr diabolisch. Nun schau, was es heißt, sich mit mir zu messen. Huch! Äh, hat man sowas schon gesehen? Hunderte Spitzer stacheln und ich verfehle sie alle. Wow. Ich frage mich, was mit der Brücke passiert ist. Es sieht ein bisschen kaputt aus, um Backtracking zu verhindern vielleicht. Netter Versuch, Loser. Das musst du schon besser machen. Dieses Mal wirst du sterben. So, wir benutzen das Bohnenwachs. Habe ich vorher Bohnenwachs gesagt? Das heißt natürlich Bohnenwachs. Auf dem. Erlipso ausrutscht. Hahahaha. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Was geht denn hier ab? Wer hat das Licht ausgeknipst? Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Du hast Simon the Sorcerer gelöst. Nun Simon, wie fühlt man sich als Held? Auf welchem Trip ist der denn? Willst du deinen Fans irgendetwas sagen? Versäumen sie nicht die nächstjährige Fortsetzung. Halt mal die Luft an. Das mache ich nicht nochmal alles mit. Puh. Was für ein Albtraum. Zum Glück bin ich endlich aufgewacht. Ich glaube, das bedeutet Fortsetzung. Das ist ein Abspann. Auf den kann man sich mal freuen. Fortsetzungen gibt es tatsächlich mehr als genug. Die aber von der Qualität leider alle nicht an den ersten Teil rankommen. Denn, äh, ihr müsst schon zugeben, der erste Teil ist schon echt super. Ich liebe den Humor und alles. Vielleicht schauen wir uns den zweiten irgendwann noch an. Das lasse ich aber erstmal offen. Da will ich nichts versprechen. Wie gesagt, die nehmen alle von der Qualität stark ab. Der zweite ist noch ziemlich gut. Aber, ja. Ah, werden wir sehen. Was die Zukunft bringt. Jetzt schauen wir den Dämonen beim Tanzen zu. Wie lang soll ich... Ah. Sehr gut. Hab eigentlich auf den Abspann gewartet. Aber stattdessen war das Spiel einfach zu Ende. Auch gut. Freunde, das war Simon the Sorcerer. Stimmt, den Abspann hatten wir ja ganz am Anfang. Wir hatten quasi einen Anspann. Das war Simon the Sorcerer. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wahnsinnig Spaß gemacht. Ich liebe den Humor von diesem Spiel. Ich liebe ihn. Falls euch das Let's Play gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wird mich sehr freuen. Um keine weiteren Projekte zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst bei einem anderen Projekt. Bis dahin. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.